Zinedine Zidane, französisches Sportidol und dreimaliger Weltfußballer des Jahres. Am 3. Oktober war eine Bronze-Skulptur von Zidane beim Kopfstoß im WM-Finale 2006 gegen Marco Materazzi an einer Küstenstraße in Katar aufgestellt worden. Nach weniger als einem Monat wurde sie jetzt entfernt. Konservative Kataris aus dem Gastgeberland der WM 2022 hatten das Kunstwerk zuvor als anti-islamisch angeprangert. In der islamischen Rechtslehre sind Statuen von Menschen und Tieren verboten, um die Möglichkeit der Idolisierung zu verhindern. Nach der Demontage wird das Werk im Arab Museum of Modern Art in Doha ausgestellt.